Ich bin der Hele Norbert, aus Moabich, und Machit ist Saxtyriow. Knarch Trubrecht, von Theodor Sturm Fodusse vom Wald, da komm ich her. Jo, Weihnacht wird's, das muss ich echt so her. Iberall auf jeder Spätz, und ich e golden Licht deser setz. Und obe ist e Himmelstier, guckt's gräskend mit große Auche vier. Und be ich strich, durch die Danne so rem, trefft's mich mit sinner Halle Stemm. Knarch Trubrecht, trefft's, du oller Gesall. Hey, die Beine, lauf los und mach schnall. Die Kerze fange o ze Branne, die Himmelstier es aufgegange. Die Olle und Jonge, die son sich jetzt so von der Jocht im Labe ois kenntgero. Und moin, fläne ich nab, fläne ich rohne zur Art, es soll namlich wieder Weihnachte war. Ich san, min leber Herr und Krest, mi reis schuf fast se ein jetzt es. Moes nur noch gott he in die Stott, bus weil ich gode käng nur hat. Hast du die Sägele auch bei dir? Ich san, das Sägele ist bei mir, weil Appel, Ness und Mandelkern, das asse die fromme Käng all gern. Hast du den Stäge auch bei dir? Ich san, der Stäge ist bei mir, doch nur die Schraube käng trefft schnell der Stäge auf die rechte Stall. Es kräß kängis herrt, so es es reicht, so geh mit Gott, bis den gode knarcht. Vodusse vom Wald, da komm ich ha. Jo, Weihnachte wird's, das muss ich echt so ha. Jetzt sagt mo, was ich hetren fäng. Sind's gode käng? Sind's bese käng? Das war Merbigerblatt. Der Rhöner Hörkalender ist ein Projekt des Vereins Miteinander-Füreinander-Oberes Fuldatal und der Hochschule Fulda. Wir danken der freundlichen Unterstützung der Sparkasse Fulda sowie des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst im Rahmen des Programms Landkulturperlen. Infos zu uns und unseren Quellen gibt es unter www.mitundfuer.de slash Hörkalender www.mitundfuer.de 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 Vielen Dank.